Ja, so meine lieben Freunde, ich hoffe ihr seid gut in die neue Woche gestartet, natürlich nicht so gut wie letzte Woche, das ist ja klar, aber jetzt geht natürlich der volle Fokus, bevor dann wieder die Länderspielpause ist, geht einem langsam auch echt auf die Nerven, wobei es ja bei unserem verletzten Lazarett ganz gut ist, dann geht der volle Fokus auf das Spiel in Darmstadt Und das wird ja schwer genug, auch wenn wir auswärts derzeit einfach besser performen als zu Hause, bin ich mal gespannt, jetzt gibt es hier ein neues Video, es geht, wie eigentlich ja immer, wenn ich es montags geschafft habe, um unseren Nachwuchs, es geht auch um unsere Hertha-Frauen, die einen wirklichen Achtungserfolg am Wochenende gefeiert haben Und wie ihr es im Titel schon gesehen habt, geht es auch um Ibo Masa, da kamen ja schon Freitag Gerüchte auf, aus englischen Portalen und Medien, dass verschiedenste Klubs aus der Premier League an unserem Ibo Masa interessiert sein sollen, ihn gegebenenfalls auch schon zu verpflichten im Winter-Transfer-Fenster Und da möchte ich mal ein bisschen meine Meinung zu sagen, beziehungsweise mit euch auch diskutieren, weil ich hatte nämlich schon am Samstag im Stadion mit ein paar Leuten drüber gesprochen und da habe ich schon gesehen, es sind ganz, ganz unterschiedliche Meinungen auf jeden Fall dabei Heute Abend freue ich mich auch sehr auf euch, da wird es auch die eine oder andere Reaction auf Hertha-Videos geben, 21.30 Uhr circa, sobald ich zu Hause bin, gehe ich online, vielleicht wird es auch ein bisschen später, kommt immer darauf an, wie ich mit dem Verkehr durchkomme, freue ich mich ganz doll, wenn ihr dann mit dabei seid Aber lasst uns einfach mal loslegen und wir beginnen, würde ich mal vorschlagen, einfach mal mit unserem Nachwuchs, wir hatten ja viele Mannschaften, auch unter der Woche, tatsächlich wieder, ja, englische Wochen und hatten dementsprechend auch viele Spiele Ich würde jetzt vor allem auf das letzte eingehen, unsere zweite Mannschaft, bei der ja dann auch einige Spieler jetzt nicht zur Verfügung standen, wie beispielsweise Boris Luhm, der jetzt mal richtig Zeit auch bekommen hat gegen Köln auf dem Platz Sie konnten leider nicht gewinnen, unter der Woche waren sie ja noch in England aktiv, ich glaube beim Premier League Cup, gegen die U21 von Liverpool 4-3 gewonnen Die Reisestrapazen hat man ihnen ein bisschen angemerkt, sie haben beim ZFC Mäusewitz gespielt, da hatten wir ja auch schon mal ein Pokalspiel mit der ersten Mannschaft, falls ihr euch daran erinnert Haben aber leider 2-3 verloren, erste Halbzeit lag man schon 3-0 hinten, kam dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen mehr rein, nachdem man auch ein bisschen gewechselt hat Ich glaube Rölke und Benatira kamen dann rein, dann lief es auch besser, man hatte dann in Form von Aiwasi und wer war der zweite, der getroffen hat? Axa Kahl, der hat sein drittes Saisontor gemacht, kam man zwar nochmal ran, reichte dann allerdings nicht Ein bisschen ärgerlich war, dass dann Benatira noch gelb-rot bekommen hat, Rehan Asanovic hat dann wegen Meckerns noch gelb-rot bekommen und nach dem Spiel sogar noch Marlon Morgenstern Also da werden jetzt fürs nächste Spiel einige ausfallen, aber trotzdem muss man ja sagen, dass die Saison sehr, sehr gut verläuft, wenn man sich jetzt mal ansieht, wo Hertha in der Tabelle steht auf Platz 4 Trotz, ich glaube jetzt zwei Niederlagen in der Liga in Folge, 24 Punkte, punktgleich mit Carl Zeiss Jena Klar, Lok Leipzig ist da ganz weit weg, aber auch nach unten ist erstmal ein schöner Abstand von 10 Punkten, was ja auch schon mal ein großer Vorteil ist Und dass es Schwankungen bei so krass jungen Teams gibt, ich glaube das ist auch völlig normal, erst recht, wenn du so eine englische Woche dann als junge Mannschaft hattest Und da ja dann auch immer wieder durchrotieren musst, weil gewisse Spieler dann eben wieder für die U19 spielen oder eben auch für die erste Mannschaft mit im Kader sind, das ist ja völlig normal Unsere U19 hat ein ganz, ganz wichtiges Spiel gehabt, nämlich gegen den Chemnitzer FC, die hinter uns in der Tabelle sind Wir sind jetzt auf einem der drei Plätze über dem Strich und sie haben ein Glück noch 2-2 gespielt Elani Indi hat das 1-0 gemacht, dann lag man 2-1 hinten gegen Chemnitz Und in der 93. Minute hat Julius Gottschalk dann noch das 2-2 für Hertha gemacht, was ganz, ganz wichtig war Das seht ihr ja hier dran, wenn Chemnitz nämlich gewonnen hätte gegen uns, wären sie an uns vorbeigezogen So ist auf jeden Fall in den letzten Spielen alles noch drin, rein theoretisch auch der Staffelsieg der Vorrunde, sage ich mal Also auch Cottbus ist ja nur drei Punkte vor uns, die haben auch nicht wirklich ein besseres Torverhältnis Also da ist noch alles drin, war ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Mannschaft von Michael Hartmann Unsere U17 hat mit Anton Czovic unglaublichen Erfolg, die haben den Staffelsieg nämlich jetzt schon perfekt gemacht Durch den Sieg gegen den Letztplatzierten, da hat man dann gesehen, auch sie hatten ja eine englische Woche Dass es dann ja auch nicht so einfach war gegen Niendorf, die ja bisher nur einen Punkt gesammelt hatten Dann hätten sie ausgerechnet gegen uns als erstplatzierten Punkt gesammelt Aber Hertha hat es geschafft, hat dort gewonnen mit 3-2 Und ihr seht es, 8 Punkte Vorsprung vorm HSV und 16 Punkte über dem Strich vor Holstein Kiel Also herzlichen Glückwunschstart zum Staffelsieg an die gesamte Mannschaft und natürlich auch an Anton Czovic Der war ja auch neulich in dem Vlog von Dennis, in dem Stadionvlog, ein bisschen bei der Kabinenansprache zu sehen Sehr, sehr cool Läuft richtig gut für unsere U17, bin ich mal sehr gespannt Dieses System hatten wir ja bisher im Nachwuchsbereich noch nicht Ich bin mal gespannt, wie es dann in den weiteren Runden aussieht, wie man sich dann da eben durchsetzen kann Und unsere Frauen, also die haben einen richtigen Achtungserfolg gelandet Gegen Hansa Rostock, 12 zu 0 Das war schon am Samstag vor unserem Spiel der ersten Mannschaft, dann 12 zu 0 Herzlichen Glückwunsch an unsere Frauen da Das katapultiert natürlich unter anderem auch das Torverhältnis mal richtig nach oben Also das war der höchste Sieg unserer Hertha-Frauen in der Geschichte Natürlich, die ist jetzt noch nicht so alt, aber herzlichen Glückwunsch auch dafür natürlich So, dann sprechen wir nochmal ganz kurz über unser DFB-Pokal los Ja, nach der ärgerlichen Niederlage gegen Köln gab es dann die Auslosung Und ich persönlich hatte mir einfach nur gewünscht, jetzt bitte nicht ein Top-Gegner wie Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart, Bayern Dass wir wirklich eine realistische Chance auch einfach haben, weiterzukommen Klar, man hat immer eine realistische Chance Übrigens, wir haben es letztes Jahr in Saarbrücken gesehen, aber hätte jetzt nicht sein müssen Er ist recht nicht auswärts, aber wir haben den ersten FC Köln bekommen Den ersten FC Köln, leider auswärts, jetzt mir gerne zu Hause gewünscht Das heißt, wir haben eine Revanche-Chance, die ich auch sehr gerne nutzen würde Und wer weiß, wer dann vielleicht schon wieder alles fit bei uns ist im Kader So, dass wir vielleicht sogar nochmal ein bisschen mehr mit reinbringen können Oder ein bisschen, ja, das hat man ja jetzt am Wochenende gesehen Im Nachhinein wäre es jetzt einfach zu sagen, wir hätten rotieren müssen mit unserer Mannschaft Weil einige einfach wirklich platt waren und müde gewirkt haben Aber andersrum, wenn du dann diese so erfolgreiche Mannschaft auseinanderziehst Und wir wissen ja, wir haben auf der Bank nicht keinen Disrespect an die Spieler auf der Bank Aber sagen wir mal, wir hätten jetzt einen Niederlechner durch den Previak getauscht Ein Leisner durch den Clemens, ein Boris Lumpf für den Karbovnik Und es wäre dann nicht gut gegangen, hätten alle gesagt Wie kann er denn jetzt rotieren? Dann muss man mal eine Woche durchziehen Und vielleicht sieht es dann schon ein bisschen besser aus Dass wir dann eben ein bisschen auch rotieren können Weil wir einen ganz anderen Konkurrenzkampf haben Weil eben einige Spieler hoffentlich wieder da sind Das würde man sich auf jeden Fall wünschen Und ja, die Chance der Revanche Letztes Jahr war es so, da haben wir gegen Kaiserslautern in der Liga gewonnen Sind dafür dann im Pokal rausgeflogen Ich hätte jetzt nichts dagegen Wenn es diesmal andersrum wäre Gegen HSV war es ja eigentlich auch so Da haben wir auch in der Liga dann verloren Und im Pokal haben wir den HSV rausgeworfen zu Hause Also da war es die andere Reihenfolge Aber ich hätte kein Problem damit Wenn es dann eben so laufen würde Und wir wirklich ins Viertelfinale einziehen könnten Und den DFB-Pokal überwintern können Also es ist für mich auf jeden Fall ein Los Wo ich sage, absolut machbar Es ist kein Los, wo man sagt Haben wir keine Chance Übrigens, auch wenn es jetzt auswärts ist Das macht definitiv nochmal einen Unterschied Gerade auch im DFB-Pokal Auch wenn die Woche hart sein wird Weil wir haben dann drei Auswärtsspiele in einer Woche Das muss man sich mal überlegen Wir spielen erst in Magdeburg Das ist glaube ich auf dem Freitag um 18.30 Uhr Dann spielen wir, ist noch nicht terminiert, gegen Köln Und dann spielen wir am Wochenende auswärts in Fürth Also drei Auswärtsspiele in einer Woche Das ist natürlich schon anspruchsvoll und hart Aber trotzdem, das ist ein Los, was man ziehen kann Das werden sich die Kölner sicherlich auch denken Erst recht nach ihrem Erfolg mit dem 1-0 bei uns auswärts Aber es ist eben kein Los, wo man sagt Boah, da muss ja alles stimmen Damit du ansatzweise eine Chance hast, weiterzukommen Und das finde ich ist erstmal positiv für uns Zumal ja auch das eine wirtschaftliche Komponente mit reinbringt Wenn du da wirklich im Pokal überwintern kannst Und vielleicht hast du danach nochmal ein Heimspiel Wenngleich wir ja auch wissen, dass die Pokaleinnahmen Der Zuschauergenerierung glaube ich aufgeteilt werden Also das ist jetzt gar nicht so schlimm Dass wir da ein Auswärtsspiel haben Eher der sportliche Aspekt Aber das war dann gestern die Auslosung Da war ich auch aufgeregt Köln war jetzt kein Wunschlos Ich hätte gerne halt sowas wie Regensburg beispielsweise zu Hause gehabt Oder meinetwegen Köln auch lieber zu Hause Aber es ist eben auch keins dieser Lose Wo man sagt, ja um Gottes Willen Da haben wir ja richtig Los Pech gehabt Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut So und jetzt gehen wir mal in das Gerücht rein von Ibo Maser Also es gibt verschiedene englische Portale Das wurde jetzt mittlerweile auch von den Berliner Medien übernommen Unter anderem vom Berliner Kurier Dass es unter anderem West Ham United gibt Die ein sehr, sehr starkes Interesse an Ibo Maser haben Ihn auch schon im Winter zu verpflichten Und dass sie ihm durchaus jetzt schon zutrauen Sich auch in der Premier League durchzusetzen Des Weiteren sollen wohl auch Brentford und Leicester interessiert sein Und die Medien schreiben eben Hertha hatte ja da auch die Offerte im Sommer von angeblich rund 6 Millionen vom VfB Stuttgart Man hat ja dann mit Ibo Maser bis 2027 verlängern können Und das Preisschild von Hertha soll wohl 25 Millionen betragen Jetzt sind 25 Millionen unfassbar viel Geld Erst recht für einen 18-Jährigen Der zwar schon ein Bundesligaspiel hat Aber ansonsten ja hauptsächlich in der 2. Liga eingesetzt wurde Er ist aber nun mal auch ein Megatalent Und wir wissen, dass 25 Millionen in England auch für 18-jährige Spieler nichts Ungewöhnliches sind Für einen 2. Liga-Spieler derzeit Ein 2. Liga-Spieler ist es allerdings schon sehr, sehr ungewöhnlich Und deswegen muss Hertha aus meiner Sicht wirklich, falls so ein Angebot im Winter kommen sollte Überlegen, das zu machen Das ist jetzt erstmal noch sehr, sehr weit entfernt Ob das dann wirklich passiert, werden wir sehen Im Winter hat er ja offiziell noch zweieinhalb Jahre dann Vertrag Also 25 Millionen wäre so viel Geld, dass wir in unserer wirtschaftlichen Lage aus meiner Sicht durchaus sagen müssten Das machen wir Ihr wisst es selber, ich habe mir gerade erst ein Ibo-Trikot gekauft Das ist kein Spieler, den ich abgeben möchte Ich habe immer gesagt, ich möchte aufsteigen Und wenn er dann geht, soll er für richtig viel Geld gehen 25 Millionen wären aber unfassbar viel Geld Und wenn man mal überlegt, wie uns die Anleihe beispielsweise drückt Auch wenn es da ja jetzt gegebenenfalls verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten durch Unternehmen oder Außenstehende geben soll Die uns ermöglicht, mit weniger Zinsen die Anleihe vielleicht irgendwann mal zurückzuzahlen 25 Millionen ist so viel Geld, wenn man sich überlegt, dass diese Anleihe 40 Millionen sind und das einfach ein Geldsegen ist Natürlich kannst du ein Ibo-Masa nicht ersetzen Und natürlich ist ein Ibo-Masa auch ein Spieler Wo ich sagen würde, würde ich sagen Wenn wir irgendwann in die Bundesliga aufsteigen, der einen langfristigen Vertrag unterschreibt Da kannst du irgendwann auch noch mehr Geld bekommen Aber es ist halt sehr viel Spekulation Und manchmal, auch wenn wir die jungen Spieler langfristig halten wollen Manchmal musst du dann halt einfach abwägen Also wenn so ein Angebot kommt, dann musst du es machen Auch wenn jetzt vielleicht einige, also sag ich Ja, könnt ihr ja anders sehen Gegenargument wäre natürlich ja, uns fehlt dann so viel Qualität in der Rückrunde Dass wir dann nicht aufsteigen Und dann bringen uns in dem Sinne die 25 Millionen auch nicht Dann würde ich dem entgegenbringen Vielleicht hat man gar nicht mehr so einen Druck aufzusteigen Wenn man solch eine unerwartete Transfereinnahme generiert Vielleicht gäbe es ja auch so Ich spekuliere jetzt mal Das ist alles noch so weit weg Man braucht sich jetzt gar nicht zu viel Gedanken machen Meiner Meinung nach Das ist einfach nur ein Gerücht Ja, aber Kann ja auch durchaus sein, dass West Ham Interesse hat Ob die überhaupt so viel Geld auf den Tisch legen würden Wäre dann auch nochmal eine andere Frage Vielleicht wäre es ja auch eine Lösung Um diese Problematik auszuschließen Man verkauft ihn für 25 Millionen Und lässt ihn nochmal an uns verleihen Damit er weiterhin Spielpraxis sammelt Und sich weiterentwickeln kann Dann hätten wir aus unserer Sicht quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen Aber bei solchen Angeboten Die sind so unmoralisch hoch Da musst du ja einfach drüber nachdenken Du weißt nie, was passiert Was ist denn, wenn man nicht aufsteigt Dann hat er im Sommer zwar noch zwei Jahre Vertrag Aber dann ist er eben ein Zweitligaspieler Wird Interesse wecken Gibt es dann nochmal einen Verein, der so viel zahlt Wenn es nicht mitten im Winter ist Und wir gar kein Interesse haben, ihn abzugeben Was passiert, wenn er sich nochmal verletzt Also aus meiner Sicht bei solchen Größenordnungen Da musst du einfach dann wirtschaftlich denken Egal wie gerne man so ein Talent halten möchte Die Medien aus England haben geschrieben Dass auch Ibo einem Transfer im Winter nicht abgeneigt wäre Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt Werden wir in Erfahrung bringen Ich meine, er hat ja gerade erst verlängert Also dementsprechend wird ihm sicherlich auch bewusst gewesen sein Dass da Offerten kommen werden Aber im Fußball kann sich natürlich einiges immer ändern West Ham soll wohl mit das größte Interesse haben Sie haben übrigens auch einen deutschen Sportdirektor Der früher bei Leverkusen und Werder Bremen war Und zwar heißt der junge Mann Ja, wie heißt er denn jetzt? Habe ich seinen Namen vergessen Könnt ihr ja mal googeln Oder ich google es schnell mal parallel Sportdirektor West Ham Tim, wie hieß er? Tim Steiten Tim Steiten Als deutschen Sportdirektor Wie gesagt ehemals bei Leverkusen und bei Werder Bremen Könnte natürlich durchaus sein Dass der dann auch die zweite Liga noch mehr auf dem Schirm hat Ja, erstmal abwarten Ganz beruhigt abwarten Aber bei solchen Summen Ich weiß gar nicht Das wäre meines Kenntnisstands Der Rekordtransfer eines Spielers aus der zweiten Liga Also es gab ja mal diese Transfers von Pavard Ich glaube, der hat 35 Millionen eingebracht Da muss man aber dazu sagen In dem Jahr ist ja Stuttgart abgestiegen Und hat ihn dann abgegeben So eine Transfers gab es halt manchmal Aber von einem Spieler, der wirklich derzeitig spielt In der zweiten Liga Und nehmen wir Klammern Die zwei Partien hat er ja in der Bundesliga sogar schon gemacht Die zwei Einsätze in der Bundesliga aus Eigentlich nur Zweitliga-Erfahrung hat Und noch lange verletzt war Wäre das schon eine utopische Summe 25 Millionen Ich weiß gar nicht Haben wir jemals einen Spieler für mehr verkauft? Ja, Kunja vielleicht Wenn man alles mit zusammenrechnet Also warten wir erstmal ab Mich würden trotzdem mal eure Meinungen dazu interessieren Es ist so weit entfernt Ja, aber sollte jemand wirklich so viel Geld auf den Tisch legen Würdet ihr das dann machen? Oder sagt ihr Nee, wir müssen alles für den sportlichen Erfolg tun Ibo Maser ist nicht ersetzbar Aber ich glaube, so kann ein Klub nicht denken Weil es gibt immer Grenzen Gerade für uns Wir sind halt kein Klub, der sagen kann Spieler ist unverkäuflich Ja, ab welcher Summe Für diejenigen Das würde mich mal interessieren Für diejenigen, die sagen Würde ich nicht machen für 25 Millionen Ab welcher Summe würdet ihr jetzt denn machen? Weil unverkäuflich gibt es ja bei uns nicht Das muss ja auch völlig klar sein Ich finde 25 Millionen so schön utopisch Ich könnte mir gar nicht vorstellen Muss ich ehrlich sagen Ich bin der größte Ibo Maser Fan Wisst ihr Ich kann mir nicht vorstellen Dass das ein Klub wirklich im Winter auf den Tisch legt Für Ibo Also vielleicht mit allen Boni-Zahlungen Und Weiterverkaufsklausel Kann es dann auf diese Summe steigen Aber ich kann mir nicht vorstellen Dass ein Klub das auf den Tisch legt Kein Disrespekt an Ibo Aber einfach, wenn man sich den Markt anguckt Wie viel Geld Meinetwegen für Riesentalente ausgegeben wird Aber das wäre schon Es wäre schon sehr, sehr krass Mal gucken, wie sich diese Thematik Noch entwickelt Ich meine, wenn das unser Preisschild ist Und wir gleich drei Klubs haben Die daran interessiert sind Neben West Ham eben auch noch Leicester und Brentford Vielleicht ist es doch nicht so unrealistisch Wenn die sich gegenseitig hochbieten Aber ich habe jetzt auch nicht direkt dazu ein Video gemacht Weil das erstmal nur am Freitag Ja so ein loses Gerücht aus den Medien war Jetzt wurde es natürlich auch in Deutschland übernommen Jetzt haben mir ein paar von euch geschrieben Ich hatte mit ein paar im Stadion drüber gesprochen Und hat ja gestern auch gesagt Dass wir darüber mal diskutieren können Wir können auch gerne im Chat Das geht ja immer noch einfacher Heute Abend im Stream darüber nochmal diskutieren Aber ja, ganz entspannt Erstmal abwarten und Tee trinken würde ich sagen Und jetzt auch hoffen, dass einige an Verletzte wiederkommen Ich rede da nicht nur von Riese Ich weiß sowieso nicht, wie lange das bei Riese dauern wird Der hat ja jetzt schon wieder so eine Story gepostet Wo er gesagt hat Ich habe langsam keine Lust mehr zuzugucken Macht er auch gute Schritte in Richtung Dass er wieder zurückkommen kann Die Frage ist halt Wie lange Er ist jetzt vier Monate raus Wie lange braucht er wirklich, um topfit zu sein Um spielen zu können Ohne dass man da auch die Angst vor einem Rückfall haben muss Aber es wäre ja schon mal gut Wenn jetzt Leistner nicht auch noch verletzt ist Denn mir hat ja Clemens richtig gut gefallen Im letzten Spiel Nur dahinter haben wir halt nicht mehr viel Und Clemens hat vier gelbe Karten Ich bin ja froh gewesen Ist ja da für das eine Foulspiel Wusste ich nicht so ganz Ob Ham-Osmaster jetzt die gelbe Karte zückt Nicht gelb bekommen hat Sonst hätten wir nominell Nur noch Marton Dardai als Innenverteidiger Dann hättest du wirklich basteln müssen Mit Kenny und Seevolk Wahrscheinlich Dreierkette Aber ja Ich hoffe mal Dass es bei Leistner nicht Schlimmes ist Da soll es wohl heute die Untersuchung geben War jetzt erstmal was muskeltechnisches Kann halt wie gesagt Einfach durch die Belastung auch jetzt gewesen sein Über die drei intensiven Spiele Er ist ja jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Und Hoffen wir da einfach Dass es gut geht Ich glaube bei Brooks Der ist ja irgendwie immer noch aufgerücken Können wir uns in naher Zukunft Nicht darauf freuen Dass er zurückkehrt Gechter wird auch noch eine Weile dauern Hoffen wir einfach Dass da nicht noch Spieler eben Dazukommen Gerne mal Zum Los auch eure Meinung In die Kommentare Was haltet ihr von Köln Also ist schon machbar Und vor allem haben wir jetzt einen Grund Für eine Revanche würde ich sagen Gerne eure Meinung auch Zu unseren Nachwuchsmannschaften rein Ich freue mich heute Abend Auf den Stream mit euch Und Kann jetzt eigentlich schon wieder kaum Das nächste Spiel gegen Darmstadt abwarten Und hoffe dass wir dann Ja Das jetzt vielleicht nicht ganz so positive Letzte Spiel Wieder egalisieren können Und ganz oben dran bleiben können Weil Ich habe es ja gestern im Video schon gesagt Eigentlich Lief der Spieltag Für uns mal wieder Relativ optimal Wenn man gesehen hat Was die anderen Mannschaften Alle so gemacht haben Aber das gehört auch Zur zweiten Liga dazu Wir hatten letztes Jahr So unfassbar viele Chancen Immer wieder ins Aufstiegsrennen Mit reinzukommen Wir haben es aber selber nicht geschafft Also man kann sich dann darüber freuen Dass andere Mannschaften eben nicht punkten Aber solange du selber eben keine Serie startest Und selber deine Punkte nicht holst Dann kannst du dich noch so lange drüber freuen Aber man sieht eben Dass es im seltensten Fall so ist Mal gucken Kann sich auch noch so entwickeln Dass eine Mannschaft einfach durchmarschiert Wie zum Beispiel St. Pauli Und kaum Punkte lässt Das scheint in dieser sehr sehr ausgeglichenen Zweiten Liga Auch dieses Jahr Kaum der Fall zu sein Bei Topmannschaften In dem Sinne haben wir Ich denke jetzt schon wieder Viel viel positiver als Samstag Auch positiver als gestern Wir haben alle Chancen Und wir sehen ja die Entwicklung Wir haben jetzt wieder eine Woche Vorbereitungszeit Es werden Verletzte zurückkommen Und wer weiß Vielleicht machen wir ja sogar im Winter Noch was auf dem Transfermarkt Um die ein oder andere Vakante Position Zumindest mal was die Breite des Kaders angeht Ein bisschen zu füllen Kann man das so sagen Vakante Position zu füllen Ich hoffe das Video war ein bisschen durcheinander Jetzt das Video Ich merke es selbst Ich hoffe das Video hat euch trotzdem gefallen Wir sehen uns später Danke fürs Einschalten Danke für euren Support Wir gehen wirklich Jetzt sind nicht mehr viele Mit großen Schritten Auf die 13.600 Abos zu Vielen vielen Dank dafür Weiß ich sehr zu schätzen Hauhe und bis später Ich freue mich auf euch